Und jetzt eine kurze Zeitreise in Sachen Fantasie. Vor 75 Jahren waren die Rohstoffe für die beliebte Coke in Deutschland knapp. Die Mitarbeiter von Coca-Cola, ziemlich schlaue Köpfe, mussten sich etwas einfallen lassen und hatten eine zündende Idee. Aus den wenigen vorhandenen Zutaten wie Molke und Apfelfasern entwickelten sie einfach ein neues Getränk. Ta-ta! Die Geburtsstunde der Fanta. Fanta wegen des fantastischen Geschmacks und der fantasievollen Idee. Diese deutsche Ikone wird 75 Jahre alt. Und um das zu feiern, bringen wir das Gefühl der guten alten Zeit zurück. Mit der neuen Fanta Classic. Eine ganz neue Fanta, inspiriert von der Originalrezeptur. Die schmeckt einzigartig lecker und weniger süß. Und erhältlich ist sie in der unverkennbaren Ringflasche. Ja, die von damals. Die neue Fanta Classic. Gut wie früher, nur heute.